Ja, 911? Ich bin aus Hastings, Michigan und arbeite bei CRT als Fahrer. Mein Konvoi wurde von Aufständischen überfallen. Sie haben mich in einem Sack begraben. Helfen Sie mir bitte, schicken Sie Hilfe, ich flehe Sie an. Wie sind Sie in den Sack gekommen, Sir? Man hat mich hier reingelegt. Du Amerikaner? Ja. Fünf Millionen heute Abend oder du bleiben. Wir graben wie Hund. US State Department? Ich bin Amerikaner. Mein Konvoi wurde angegriffen und mich hat man als Geisel genommen. Sie fordern fünf Millionen Dollar. Anderenfalls lässt man mich hier grepieren. Diese Drohung ist absolut ernst gemeint. Ich habe ein paar Fragen an Sie, Mr. Conroy. Wollen Sie mich verarschen? Wir benötigen diese Informationen, damit eine... Moment mal, Moment mal. Woher kennen Sie meinen Namen? Was hat das zu bedeuten? Dieses Arschloch weiß, wo wir wohnen. Er hat die Adresse in meinem Führerschein gelesen. Geht auf keinen Fall nach Hause. Niemand zahlt fünf Millionen Dollar für mich. Von Washington aus können wir nicht viel tun. Ihr Lösegeld-Video hat bereits 47.000 Aufrufe bei YouTube. Wo ist Geld? Wollen Sie, ich brauche mehr Zeit. Du zeigst Blut. Was? Schneide Finger ab. Sagen Sie mir, was Sie tun, um mir zu helfen. Lassen Sie mich hier raus und ich verspreche Ihnen, Sie kriegen Ihr verdammtes Geld. Nein, 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 nein. Ja, nein, 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 nein. SWISS TESTE